Und da macht Peter Preutz den Anfang, der eigentlich wieder sehr, sehr gut in Form ist, denn Sapporo den ersten Bewerb auch gewonnen hat. Gestern, ja, ein bisschen gestrauchelt. Rang 13, das ist sicher unter den Erwartungen gewesen. Ja, normal so auf und zu dem entgegenkommen. Das wirkt schon, genau. Das war die Hilsais, hm? Nein, das ist ja, das taugt einem dann eben, weil da drückt sich einem ein Ski besser her zum Körper. Da kriegt er schnell eine Rückmeldung vom Ski und dann traut er sich wieder mehr anmarschieren, wieder vorne aus, wo es auch sein Sprungstil ist. Aufwind kommt einem meistens entgegen, sonst wäre es ja Rückenwind. Genau, und ihm kommt ein Doppel entgegen. Ihm und seinen Stil. Wir haben einen 109 Meter, 109 Meter Supersprung, große Freude bei Goran Janusch auch am Trainer durch. Das ist die Führung und die mit immerhin 6,5 Punkten Vorsprung.